Musik 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 Haha, sterb! Das sind jetzt aber hier schon ein paar viele. Ja! Ich bin Rambine! Kommt er! Ich werde euch alle vernichten und töten und zu Salat verarbeiten! Jetzt muss ich weg! Ich brauche Hilfe! Hallo! Jacob! Kommst du? Danke! Das hat doch eigentlich ganz gut funktioniert! Also hier zur Seite her! Hopp! Jupp! Scheiße! Das hat nicht funktioniert, was ich wollte! Und! Fuck! Aber nachladen! Aber nachladen! Yay! Ich schieb mit Heiler! Oder auch nicht! Ich schieb mit! So schnauze voll, ey! Da kommen noch mehr die Treppe runter! Da kommen noch mehr die Treppe runter! Freunde doch! Das haben hier scheißegal! Oh nein! Oh nein! Nein! Fuck! Das sind zwei! Oh, Izzy! Komm doch einfach in die Medibark mit rein! Das war super! Und das war's jetzt! Das war's! So! Einer kommt von rechts, einer kommt von links! Wenn die aber voneinander getrennt sind, wir sind's denn nicht! Ja, geh wieder in Deckung! Ja, geh wieder in Deckung! Nein! Kehr doch einen hier! Verdammte Hacke! Och Mensch, ey! So! Einmal nachladen! Wo ist der jetzt hin? Der ist da hinten! Ey! Hallo! Wo hin? Wo hin ist der hin? Oh! Wo hin ist der hin? Der ist voll! Den will ich nicht! Ich will rennen den da hinten haben! Bleib hier! Scheiße! Danke! So Mann Komm, gib mir den Raketenwerfer Gib mir den Wo ist der Raketenwerfer hin? Oh Mann ey, das kann doch jetzt echt nicht sein Wer hat er sich weggebackt? Dann halt anders Und wenn er mir davon fährt Dann muss ich ihn halt notfalls anhalten Mit dem Raketenwerfer Das mache ich auch gerne Aber ob das wohl zusammen Oh nö Und das so nah Ich will da rein Ich glaube hier ist es sauber Na dann Was? Raketenwerfer? So Ah, Level Up Direkt verteilen hier Fusion hält vier Sekunden länger Yes Aber sieht ja schon recht interessant hier draußen aus Komm an, meine Freunde Schön, dass sie es geschafft hatten In einem Punkt hatten diese Idioten von Raven recht Sie wussten, dass die Aussicht auf den Tod niemanden wachrüttelt Man muss den Leuten beweisen, dass man gewillt ist, es auch wahr zu machen Die Selektion ist zweigeteilt Den Anfang macht Europa Nein Ach du Scheiße Oh shit Oh Klus Bitte kommen Sie werden beschossen Fable hat die Rakete gestartet Warum? Nein Oh Friedenstifter? Ja, nee. Ist klar. Toller Frieden. Oh, fuck. Moment. Ausnehmen. Ja, super. Da hinten hast du die Medi-Backe hingeworfen. Das wird wieder. Danke. Du nicht. Schnauze voll. Papisst euch alle. Du und du auch. Und hier da hinten sowieso. Ich hab mir hier gar nichts zu suchen. Wo ist meine Schrotflinte hin? Dann ist ja ganz nice, jetzt hier mit dem Snipergewehr rumzuballern. Aber trotzdem. Ich will meine Schrotflinte wiederhaben und nicht das Snipergewehr. Wieso zum Hänker hab ich jetzt einen Sniper drinne? Ach, scheiße. Oh Mann, das ist doch zum Kotzen. Ja, jetzt hier. Komm. Mitnehmen. Ich sollte vielleicht auch mal schauen. Teamfähigkeiten. Kann ich da jetzt irgendwas machen? An den Teamtalenten? Ich meine, ich habe 14.000. Kostet 10.000. Erhöht die Gesundheit der Agenten um 10%. Wenn du verblötes werden. Nein. Nein. Das hatte ich ja irgendwie alles schon mal durchgesehen. Rettung der Agenten. Geht 2.000 Fusionsleister. 15%. Erhöht die Fuse-Credits, die du verdienst, um 5%. Genau das bräuchte ich eigentlich. Aber das kostet 20.000. Verursacht 15% mehr Schaden gegen Fuse-Schilder. Erhöhung des EP-Gewinns um 5%. Aber da gab es doch noch irgendwas anderes. Irgendwie. 10% mehr Kugeln durch aufgenommene Munition. 10% mehr Fuse durch aufgenommene Munition. Fuse-Gesamtkapazität ist erhöht. 10% mehr Schaden. Explosionsradius-Granaten. 20% Gesundheit. Nein. 15% Chance Kopfschuss-Eliminierung. Waffenmunition zurückzuerhalten. Kern noch eins. Wo war das denn? Da gab es doch irgendwas mit. Irgendwie durch Schaden kriegt man Fuse oder irgendwie so. Einhand Waffen bringen Fuse-Punkte. Genau. Verursachen 10% mehr Schaden. Was war das? 30.000. Ach, da kann ich ja Ewigkeiten sparen. Wie soll man das denn komplett bitteschön vollkriegen? Kein Plan. Das ist doch irrsinn. Das kriegt man auch nie voll. Vor allen Dingen die anderen Skills ja alle. Und es gibt ja 3 Level. Hallo. Ich hab die falsche Tasse gedrückt. Ja. Ich bin meine Strohflinte. Das wäre weitaus besser jetzt hier gewesen. Zumindest an dieser Stelle. Ah, guckt an. Hier haben wir nochmal einen XP-Container. Können wir auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Hier vorne haben wir ansonsten nichts. Na dann. Hier lang. Ich sehe es. Oh mein Gott. Das ist München. Ich habe München aufgerufen. Oh mein Gott. Nee, ne. Also ist eine Stadt wirklich komplett weg. Also ist es nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott.